Und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Ah, Resident Evil 6. Mit ungebetenen Gästen. Hallo. Okay. Huh. Huh. Hallo. Ah, wo kommst du denn her? Okay. Ah, hallo. Verpiss dich. Danke. Oh Gott. Leute. Das stresst mich gerade hart. Was zur Hölle? Was tun sie? Nein! Okay, sie haben kurz ein Loch in unsere Wand gesprengt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich darf nicht so einfach wild drauf los. Ich schieße sie da einfach durch die Wand. Das ist gar kein Problem. Haben wir sie jetzt alle? Wow! Wow! Kann ich... Äh... Ne, wahrscheinlich habe ich nicht so viel Zeit, ne? Upsi! Ich... Okay. Ich habe definitiv nicht so viel Zeit. Okay. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen? No way! Läuft ja mal wieder richtig gut. So, Leute. Konzentrieren. In ihre Sch... Uh, wie hat der sich denn auf einmal gefortet? In... Au! Oh Gott, Hilfe! Oh! Das habe ich beim ersten Mal besser hingekriegt! No! 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 Ah, shit. Okay, wir müssen uns konzentrieren. Das kann doch nicht sein. Das lief im ersten Run so gut, dann habe ich es nur zeitlich verkackt wegen der blöden Lawine. Okay, ich muss mich einfach hart konzentrieren, Leute. Es geht nicht anders. Okay, so. Seinen Schuh haben wir, seinen. Ach, hallo, lass mich. Face, 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 face. Hier, stirbt einfach. Ach, komm. Okay, der hat keinen Schädel mehr. Perfekt. Okay, gut. Ich würde sagen... Huah! Das haben wir. Gib mir den Scheiß. Ich sammle das ein. Und dann verpissen wir uns jetzt. Ja. Eine Lawine! Wir müssen sofort weg hier! Ja, 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 ja. Ich sagte ja, sie sollten da schneller, sonst werden wir begraben! Ja! Oh, L2 war beschleunigend. Ich denke, ich habe immer L2 ist beschleunigend. Keine Ahnung. Ist doch im Real Life auch so. Rechts ist das Gas, links ist die Bremse. Oh! Oh. 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 Hä? Upsi. Hey, jetzt rummel mich nicht hier so an. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Dass wir... Nicht aufgeben! Wir schaffen das! Ja. Außerdem... Ich hasse sie nicht! Oh nein! Was ist da rum, ne? Nach rechts! Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe einfach dem Punkt da vertraut. Okay, Baum, Bäume, ganz viele Bäume. Warum stehen hier Bäume? Ja, ich weiß, ich habe keine Frage, aber... Ah, Mama! Uh! Uh! Nicht langsam werden! Ne, ich drücke... Ich bremse nicht mal. Ich nehme nicht mal die Hand vom... Den Finger vom Gas. Ich bretter einfach durch. Uh! Ich sehe halt nur leider nicht so ganz genau, wo es hingeht, weil diese Kameraführung ein bisschen schwierig ist. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich hoffe einfach, dass kein Hindernis kommt. Da ist ein Hindernis. Da ist viel gegründet. Ah, okay. Wir müssen hier in die Höhle rein. Ich fühle das. Verstehe ich. Ah, oh, oh, Mama. Okay, okay. Wir sind wieder drauf. Ach, du. Ist nicht euer Scheißernst. Ah! Jetzt wird es gespät! Ah! Oh Gott. Ah! 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 Oh! Was ist das denn? Oh, Leute. Damit habe ich gerade einfach nicht gerechnet, weil ich finde, das ist halt hier auch super schwer zu erkennen, wo der Weg lang geht, ohne dass man quasi krepiert. Also, es ist schon, schon, hä? Ich verstehe es nicht. Ich würde halt gerne auch die Kamera wechseln können, aber ich kann nicht. Also, okay. Der Deathcounter für diese Folge ist einfach der Hammer. Oh! Eigentlich müsste ich, hätte ich mal einen einblenden sollen oder immer nachträglich dann bearbeiten, aber ich glaube, das wäre auch keine coole Idee gewesen. Okay, Moment. Ah! Da runter, da lang, jetzt darüber. Oh. Okay. Das ging ja irgendwie. So, ich lade noch mal nach. Okay. Perfekt. Dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Tief? Tief? Vermutlich? Na, war meint. Ich würde sagen, sie ist tief. Oh. Das ist gut, wenn man den falschen Knopf nimmt, Leute, ne? Das ist richtig gut. Aha. Okay. So, ich bin mal gespannt, was uns hier in dieser Mine erwartet. Hm. Mh. Mh-mm. Was muss man tun, damit er stirbt? Er scheint uns mit diesem Wanzen aufzuspüren. Seien Sie vorsichtig. Okay, das heißt, wir müssen uns vor diesen Wanzen verstecken. Richtig? Kann ich? Ja. Okay. Okay, wie ist diese Flugbahn der Wanzen? Okay, sie kommt jetzt zurück. Hat die vielleicht einfach nur so einen blöden Umkreis, in dem sie uns registriert? Okay, Moment, kann ich? Ach, sie dreht jetzt, okay, sie dreht jetzt wieder um. Okay, Moment. Das ist jetzt die Frage, müssen wir das Vieh jetzt erledigen? Weil die fliegt ja eh nur bis hier. Kann ich das... Ja, okay. Okay. Also ich muss es angreifen, wenn ich hinter ihm bin. Okay, ja, das, das, das habe ich... Okay, ja, das habe ich verstanden. Das kriege ich... Das kriege ich hin, denke ich. Ah, okay, das Vieh ist auf dem Weg zu uns. Dann verstecken wir uns jetzt. So geil, dass einer einfach rumsteht und ich alleine in meinem Container bin. Okay, ich vermute, ich bin zu früh reingehüpft. Okay, wir gehen nochmal raus. Wo es kommt. Ich frage es nur, wie weit. Ja, okay, es kommt schon hierher. Dann warten wir jetzt. Katze, was machst du? Hey, Billy. Okay, achso, es kommt immer bis zu der Ecke da vorne. Dann müsste ich es doch jetzt... Warte mal kurz. So. Katze, sei es auf meinen Kopfhörerkabeln. Noch so ein Vieh. Wir gucken einfach mal, wie lange es... Jetzt dreht es um. Okay. Nice. Also, wir könnten theoretisch hier runter, wir können aber auch hier hoch. Okay, wir können wahrscheinlich nur wegen dieser Kiste hier hoch. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier runter gehen, sind wir dann quasi wieder am Anfang. Ich mache das jetzt einfach mal. Okay, immerhin haben wir jetzt einen Kontrollpunkt. Das ist schon mal gut, glaube ich. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Okay, wow. Jetzt komme ich wahrscheinlich da oben nicht mehr zurück, ne? Shit. Oh, sollte mich wieder einblenden. Ja, jetzt können wir hier nicht mehr... Jetzt weiß ich halt nicht, wo wir da runter gehüpft wären. Wenn wir da lang gegangen... Ach, scheiße. Ist doch wieder ärgerlich. Okay. Muss mir hier mal kurz einen... Überblick verschaffen. Okay. Die Truhe nehmen wir da auf jeden Fall schon mal mit. Es gibt bestimmt wieder Punkte. Genau. Okay. 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 Jetzt müssen wir mal gucken, welche leer sind. Okay. Oh, der ist auf jeden Fall leer. Und es ist nur der eine. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Der... liegt hier rum und geht dann immer rückwärts. Oh nein, der hat mich gesehen. Shit. Oh no. Ja. Wir haben halt nur diesen einen scheiß Container, den wir da rein konnten. Das war halt dumm. Okay. Ach, jetzt kommt der mit rein. Okay. Ah, Mama. Okay, Moment. Ich muss das nochmal ein bisschen beobachten von hier oben. Okay, Jake, geh mal zur Seite, bitte. Okay, den müsste ich jetzt... Ach, guck mal, der fliegt da auch hinter ihm hier. Okay, Moment. Zack. Okay, den haben wir. Der ist platt. Jake, du stehst da, wo ich hin will. Gehst du da bitte kurz weg? Jake. Mann, nerv nicht. Okay, Moment. Der kommt jetzt zurück. Und die beiden flattern da vorne rum. Und der dreht da dann an der Ecke einmal um. Dann kommen die ihm aber entgegen. Also zumindest der eine. Okay, der hängt da an der Ecke. Und flattert hier weiter. Okay, jetzt wäre meine Chance, den einen da platt zu machen. Okay, und wieder weg, weil der andere dreht jetzt gleich direkt um. Okay. So, dann nehme ich jetzt den einen, wenn er da gleich langbämmst. Und den anderen da hinten. Ja, der fliegt ja eh immer noch auf ihn runter. Den müssen wir dann aus einer anderen Ecke nehmen. Okay, kriegen wir aber hin. Hinterher. Und klatsch. Okay. Das ist die Frage. Okay, der fliegt immer so vor und zurück. Das heißt, den sneak ich mir jetzt. Oh Gott, das war knapp. Aber jetzt haben wir sie alle, würde ich sagen. Hey. Open the door, please. Open the door. Mal gucken, wie viel wir davon noch machen müssen. Oh, da ist ein Emblem. Oh no, zu spät. Danke. Okay. 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 Ah, Mama. Ach so, ich kann weiterlaufen. Keine Ahnung, ob das richtig war. War das richtig? Ja, da unten ist ja sonst nichts mehr, ne? Alter, war das gerade unangenehm. Okay. Okay, ich werf mich da mal hoch. Ich will mal gucken, was da oben ist. Okay. Okay, müssen warten. Okay, dreht der Typ sich auch noch mal um? Okay, los! Er gerade. Oh Gott, schnell, 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 oh Gott, Sherry. Ehrlich. Okay. Und zurück. Findest du das, Mistkerl? Das ist voll gut. Er wird sie hören. Oh Gott. Da sind noch Waffen. Die hätte ich bitte gerne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Achso, das waren keine Waffen, das waren Fernzünder, aber die sind gut, die kann ich vielleicht so noch mal nutzen für irgendwas. Okay. Gut. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ach Mama. Echt ey. Also. Halleluja. Halleluja. Okay. Er ist uns wohl ziemlich dicht auf den Fersen. Ich muss mich vermutlich ein bisschen beeilen. Vermutlich. Ganz stark. Oh Sherry bleibt doch da nicht stehen. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen, ich muss jetzt 500.000. Die Katze denkt sich gerade, jetzt macht sie da. Warum rattelt sie so mit ihrem Arm? Oh Gott. Tür auf. Tschüss. Und Tür wieder zu. Und zack, macht er die Tür wieder kaputt. Jaja. Wir spielen das Spiel jetzt anscheinend ein paar mal öfter. So kann man die Leute halt auch aufhalten, indem man ihnen halt die ganze Zeit solche Dinge hier hinlegt. Katze hat keinen Bock mehr. Dass mein Arm sich die ganze Zeit bewegt. So kann ich nicht pennen. Oh Gott. Ahhhh. Oh nein, ich hab's verkackt. Nochmal. Ich dachte nicht, dass ich... Okay, jetzt. Okay, nochmal, 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 nochmal. Wenn ich jetzt drauf eingestellt bin, krieg ich das auch hin. Das Problem ist, ich mach das Rackeln hier immer mit rechts. Und dann ist es natürlich schwierig, dann noch R2 zu drücken. Aber wir kriegen das hin. Ohhhhhhhh. Nope. Okay, nochmal. Okay. Oh, das Fenster wird immer kleiner. Für das R2. Ahhhh. Oh Gott. Ohhhh. Da bin ich nicht drauf eingestellt gewesen. Ahhhh. Okay, shit. Leute, 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 Leute. Okay, einmal bestimmt noch, mindestens. Okay. 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 stolz auf mich, auf uns. Okay, da können wir definitiv nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier lang. Halleluja. Ja, das Ding ist, ich mach das nicht so, sondern so und dann war das halt super schwierig. Oh, scheiße, ich muss jetzt noch R2 drücken. Ja, und wenn wir draußen sind, lass ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe da ist der Treffpunkt. Wurde auch Zeit. Steh auf, Supergirl. Die freundliche Frau mit den Drogen. Was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht. Okay, das sah aus, wie wir für Zermatschen-Jake einfach einmal unter fiesen Füßen. Oh Gott. Okay. Halleluja. Da waren wir wieder. Okay, Kapitel 2 haben wir abgeschlossen. Wir gucken jetzt einmal, was wir uns hier leisten können. Ich kann zu viel. Vielleicht spare ich auch tatsächlich einfach. Ich glaube, ich spare einfach ein bisschen. Guck mal. Aber ich glaube tatsächlich sparen wir. Ja, ich würde sagen, wir sparen. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir beenden den Part dann an dieser Stelle. Mit dem Beginn von Kapitel 3 sehen wir uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr noch mal vorbeischaut. Und bis dahin. Tschüss.